Willkommen zum dritten Advent, liebe großen und kleinen Kinder hier im EAC. Die dritte Geschichte. The Weihnachtszeit When the snow falls wunderbar and the children happy are When is glatteis on the street and we all a Glühwein need Then you know, es ist soweit, she ist her, the Weihnachtszeit. Every Parkhaus ist besetzt, weil die People fahren, Jetzt all to Kaufhof, Mediamarkt, kriegen nearly Herzinfarkt, Shopping hinverbrannte things and the Christmas Glocke rings. Mother in the kitchen bakes Schoko, Nuss and Mandelcakes, Daddy in the Nebenraum schmicks a Riesenweihnachtsbaum, He is hanging off the balls, then he from the lighter falls. Finally the Kinderlein, To the Zimmer kommen rein, And it sings the family schauerlich, Oh, Christmas tree! And then jeder in the house is packing die Geschenke aus. Mama finds unter the Tanne eine brand-new Teflonpfanne, Papa gets a schlips and zoppen, Everybody does frohlocken, President speaks in TV, All around is Harmonie. His mother in the kitchen runs, Im Ofen burns, The Weihnachtsgans, And so comes the Feuerwehr, With Tattoo, Tata, daher, And they bring a long, long Schlauch, And a long, long Leiter auch, And they schrei, Was a Marsch, Christmas now is in the arsch. Merry Christmas, Merry Christmas, Hear the music, See the lights, Frohe Weihnacht, Frohe Weihnacht, Merry Christmas, Allerseits. Der EAC wünscht euch allen einen wundervollen dritten Advent, Hier brennt noch Licht. бrennt noch Licht. ... ... ... ... ... ...